Was machst du? Nimm den Klotz doch mit! Mann, Steff! Du musst doch alleine zu mir kommen! Nein! Mann, Schatz, doch! So. Wechseln. Okay, komm. Runter? Oder? Ja. Hochkant. Nicht so anfangen. Warte, Peggy! Komm zu mir. Druck, Druck! Wenn's einfach los, davor wir safe sind. So. Oh, super. Ein Pärchen ist zusammengebrochen. Jetzt müssen wir nur ganz langsam weitermachen. Du bist zu hektisch. Du bist einfach zu hektisch. Nicht die Spannung verlieren, Schatz. Ruhig bleiben war heute unser Motto. Schatz! Zack! Drück! Hol ihn! Stopp! Drück! 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 Runter! Das! Dann geh einen Schritt zurück, wenn du das siehst. Nein, wenn ich zurückgehe. Komm jetzt! Nee, so funktioniert's nicht. So geht's gar nicht. Okay, dann brauchst du schlau. Sag was? Stehen. Stehen. Nee, die stehen unten super schnell. Das ist viel schneller. Dann los. Das ist viel schneller, Peggy. Nee, du machst die kreuz und quer. Du musst mal versuchen, dass ich ein bisschen in Action bin. Bleib dagegen. Bin ich. Drück, jetzt musst du festdrücken. Warte. Jetzt drück mich weg. Drück mich weg. Bleib mit der Waage. Bleib in der Waage. Bleib in der Waage. Ja. Bleib in der Waage. Okay, stopp. Jetzt drück du. Nein, wir haben keinen mehr. Doch. Ja, komm her. Zu mir. Ja, hab ich. Ist das der Letzte? Dann muss ich den noch mal machen. Nein, ich muss den machen. Immer absetzen. Stimmt. Drück, drück mich weg. Drück mich weg, drück mich weg, drück mich weg. Drück. Oh Mann. Scheiße. Die haben schon die Sanduhr. Drück. Drück. 30 Sekunden. Mein Arm tut weh. Oh je. Es dauert ewig. Ich drücke. Feste, feste, feste. Komm schon, wir schaffen es. Drück. 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 Atme ruhig. Guck mich an. Drück so fest du kannst. Oh fuck. Warte, geh einen Schritt zurück. Halt. Halt. Pass auf. Sonst bricht es in der Mitte weg. Ist gut. Ich hab's. Komm schon. Drück, 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 drück. Was machst du weiter? Ja. Ah. Ich halte. Fuck ja. Wir schaffen das. Ja. Fuck. Thad! Bah. We are.